Mehr, mehr geht kaum. Direkt auf der Ostsee liegt das Bollwag in Olpenitz. In über 80 modernen und individuell ausgestatteten Suiten mit Seeblick kannst du hier deinen Meeresurlaub buchen. Die bequemen Betten, die modern eingerichteten Küchen, die tollen Badezimmer und die weitläufigen Balkone lassen keine Wünsche offen. Und unser Pool- und Saunabereich lädt zu noch mehr Erholung und Entspannung ein. Natürlich gibt es auf dem gesamten Bollwag-Gelände frei zugängiges WLAN. Das reicht sogar bis zum Strand. Naja, nicht ganz. Aber auch für unsere Aktivitäts-Junkies haben wir vorgesorgt. Meinst du Wäsche waschen? Nein, natürlich nicht. Dank des nahen Yachthafens kannst du unser traumhaftes Umland mit deinem Schiff erkunden. Ich hätte höchstens so ein E-Bike. Hm. Aber auch von unserer E-Bike-Ladestation in der Tiefgarage sind es nur wenige Meter zu allen Dingen des täglichen Lebens. Und die schönsten Orte im Umland lohnen sich auch mit dem Fahrrad erkundet zu werden. Komm zum schönsten Fleck an der Ostsee und hol dir mehr. Urlaub im Bollwag bleibt in Erinnerung. Buche jetzt deinen unvergesslichen Urlaub im Bollwag. Buche jetzt... Sendet. Buche jetzt drei ... Vielen Dank.